Hallo Leute, heute ich bin hier in Dwebber Obisimulator, da muss man halt zeichnen. Und ich würde sagen, es geht los. Es wird auf jeden Fall witzig. Es gibt die Lücken im Sinternis und man muss zeichnen, um rüber zu kommen. Mal überlegen, dann mach ich halt so eine Art Tee und mit einer Stütze halt hier drüber. Ist das passiert? Ich glaub nicht. Alles gut, oder? Ja, du hast recht, nichts passiert. Jetzt wieder zeichnen. Ein Stern oder noch sichern halt in Gravität. Warte mal, was ist Gravität? Ich meine Anziehungskraft. Hä, aber was meine ich? Was ist eigentlich Anziehungskraft? Und was ist Gravität? Meine ich Gravitation? Aber was ist Gravitation? Albert Einstein sagte einmal, der glücklichste Gedanke seines Lebens war die Vorstellung einer Person, die von einem Hausdach fällt. Anstatt sich wie jeder... Auf jeden Fall habe ich mir das Video bis zum Ende auch angesehen und ja, dann hat der Kerl sogar versucht mir was zu verkaufen. Aber jetzt geht es eigentlich weiter mit dem eigentlichen Video, was eigentlich gedreht wird, was eigentlich gedreht ist, wird. Ja, und auch eigentlich gerade bearbeitet wird. Über... Rate mal in den Kommentaren, wo ich das halt bearbeite. Kennst du eigentlich Discord? Ich habe jetzt einen Discord-Server. Und wenn du beitreten willst, der Link ist unten in der Beschreibung. Dieses ganz tolle Video endet hier leider. Aber wenn du weiter schauen willst, dann ist hier oben rechts ein Video von meinem Kanal. Und du kannst meinen Kanal auch gerne abonnieren. Danke dir noch einen schönen Tag. Bye. Bevor du gehst, wollte ich noch sagen, dass du unten in den Kommentaren schreiben kannst, ob dir das Video gefallen hat. Äh, ja halt, damit ich alles... Ja, Dankeschön. Ciao. Ciao. Bye. Bye.